Willkommen aus München mit dem BlackBerry Classic. Wir haben es schon mal für euch ausgepackt und mit anderen Smartphones verglichen. Jetzt sind wir soweit euch auch den Test zu zeigen, nachdem wir das jetzt ein paar Wochen benutzt haben. Im Hintergrund seht ihr auch das BlackBerry Passport, das wir auch noch an der Seite hier liegen haben, aber im Vergleich werden wir heute nicht wirklich mit den beiden machen, außer in der Software ein bisschen, denn es gibt doch kleinere Unterschiede, die BlackBerry anpassen musste, weil hier natürlich eine Zeile fehlt und wir haben ja hier jetzt das klassische BlackBerry Design wieder bekommen. Übrigens, wir sehen können, ich habe die Folien hier noch drauf, aber auch so funktioniert das wunderbar. Ich muss es später nur an Amazon zurückschicken, denn ich habe es mir bei denen sozusagen ausgeliehen. Wirklich wunderschönes Gerät, liegt gut in der Hand, hat ein gutes Gewicht von 177 Gramm, damit kein Leichtgewicht, aber es hat einen riesengroßen 2515 mAh Akku, was dann allerdings auch heißt, dass die Laufzeit wirklich tatsächlich, ich habe es aktiv zwei, drei Tage benutzt, zweieinhalb Tage hat es für mich locker durchgehalten, also ein Business Trip mal zwei Tage nach London oder ich war jetzt auch zwei Tage mal in Berlin unterwegs, ist damit locker machbar, auch ohne, dass ihr ein Micro-USB-Kabel mitnehmt, aber ein Micro-USB-Kabel und ein externes Ladegerät ist echt nicht schwer, mal sich mitzuschleppen, 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 falls ihr doch mal ein bisschen noch Power bräuchtet. Damit kann auch zusammenhängen, dass hier nur ein Snapdragon der alten Generation drin ist und zwar ein MSM 8960, das auch noch gerne als S4 Pro genannt wird, das ist wie gesagt ungefähr zwei Jahre alt, Dual-Core 1,5 GHz, aber trotzdem, das Betriebssystem läuft hier super, denn wir haben hier auch 2 GB RAM drin und 60 GB internen Speicher, den wir auch erweitern können. Auf der Rückseite haben wir 8 Megapixel als Kamera verbaut, kann Full HD aufnehmen, da zeigen wir euch gleich ein paar Inhalte und auch die vordere Kamera mit 2 Megapixeln ist sehr gut. Seitlich haben wir hier wie immer die Lautcheckregler und auch den mittleren Knopf, den wir, je nachdem welchem Programm wir sind, beliebig verwenden können. Das Ganze hat einen Metallrahmen, außenrum fühlt sich also wirklich hochwertig an. Oben haben wir nicht nur den An- und Ausschalter, sondern nochmal zwei Mikrofone, damit wir ein bisschen Noise Cancellation haben, wenn wir in lauten Gegenden sind, wie auf Messen oder sagen wir mal in einem Büro und dann haben wir hier nochmal einen Kopfhöreranschluss und hier an der Seite, wie ihr sehen könnt, kommt die SIM-Karte und die SD-Karte rein, also der interne Speicher lässt sich auch erweitern und die SIM-Karte ist eine Nano-SIM. Hier bräuchtet ihr allerdings so eine kleine Pin, also so ein Ding zum reinschieben, wie wir es von dem iPhone zum Beispiel kennen, damit ihr das aufmachen könnt, denn die Rückseite lässt sich nicht abnehmen, fühlt sich ein bisschen gummierter, nicht ganz so hochwertig wie früher bei den Blackberries, die Bowls mit teilweise Leder- oder auch Carbon-Optik oder verbaut, aber dafür kostet der Preis hier auch neu 400 Euro. Und das war der Startpreis, 130 Euro hat Blackberry hier für das Classic angekündigt, was wirklich verblüffend ist, denn Blackberry gehört eigentlich zu den Premium-Produkten und ist auch ein Premium-Produkt, obwohl der Prozessor, wie gesagt, ein bisschen abgespeckt ist, aber im Alltag gegen die Braut werdet ihr das überhaupt nicht spüren. Natürlich haben wir auch A-GPS, Radio drin, NFC, eigentlich alles, was man sich wünschen kann, von Bluetooth 4.0 bis WLAN A, B, G, N, Dual Band, also zwei hier Antennen, beziehungsweise wenn ihr einen Hotspot aufbaut, könnt ihr dann auch mehrere Geräte verbinden und der Empfang ist wirklich sehr gut. Wir sind jetzt hier in einem Zimmer, wo ich normalerweise mit meinem iPhone einen Strich habe oder mit einem Samsung auch einen oder zwei, also schlechter als die Konkurrenz ist es keinesfalls. Wie ihr sehen könnt, ich habe keine SIM-Karte drin, der Akku ist nicht voll aufgeladen, aber halb so wild, denn ihr werdet jetzt sehen in dem Test, wenn das Display wirklich länger an ist und wir das hier benutzen, dass es auch so sehr gut durchhält. So wie ihr sehen könnt, ich habe zwei Benachrichtigungen, obwohl ich gar nicht angemeldet bin. Hier unten können wir gleich auf die Kamera zugreifen, einfach kurz, ich glaube lange drauf bleiben, genau, und dann geht die Kamera auf oder ich swipe das Ganze nach oben und dann könnten wir jetzt hier zum Beispiel das Passport fotografieren und wie ihr sehen könnt, ich bin echt nicht weit weg, das sind ungefähr fünf Zentimeter und ich kann jetzt hier wunderbar einfach schnell ein Foto schießen, wobei ich glaube eher ohne Blitz das Foto jetzt gemacht hätte, aber hier unten kann man ja schnell in die Einstellungen reingehen und ihr seht hier auch, es gibt einige Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Entschuldigung dafür, wie ihr merkt, das Ganze ist auch super snappy, heißt schnell und bei HDR können wir auch mehrere Bilder auswählen, ich habe das Ganze immer gerne auf Englisch. Wenn ihr noch Snap raus wollt, ganz einfach nach oben ziehen und schon geht die App zu, beziehungsweise wird hier abgelegt in den Bereich, wo ihr die letzten Apps dann sehen könnt, die noch offen sind. Könnt ihr auch ganz einfach schließen mit dem X und wenn ihr weiter nach rechts geht, dann habt ihr hier eure Apps, die vorinstalliert sind. Hier seht ihr zum Beispiel noch schon den Amazon App Store, denn hier ist die neueste Blackberry US-Version natürlich drauf, das müsste die 10.3.1 sein. Und wir haben übrigens Corning Gorilla Glass, hier vorne heißt, super kratzgeschützt natürlich. Ich habe gerade hier diese Folie drauf, das heißt, es sind jetzt einige Kratzer auf der Folie selber drauf, aber wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt auszusehen zum Beispiel einen Document Creator gestartet, wo wir jetzt hier zum Beispiel eine PowerPoint Präsentation anschauen können oder bearbeiten können. Heißt, ich kann hier mal auf den dritten Slide zum Beispiel gehen mit der Animation. Ich kann auch sagen Edit, dann geht das Ganze hier auf in dem Editor. Ich kann hier zwischen den verschiedenen Slides durchgehen, reinzoomen, hier sagen wir den Text ändern und dann seht ihr hier schon das, was cool ist und zwar könnt ihr das Ganze mit Touchscreen benutzen oder jetzt habt ihr hier euren kleinen Ball wieder. Heißt, ihr könnt auch hier links, rechts, vor und zurück gehen. Funktioniert wunderbar und dann hier und natürlich auch tippen, so wie ihr wollt. Ich will vielleicht den Mirror Mode hier ändern, auf Mirror Mode and more, ich kann auch sagen Undo, Redo, Play, Close, Save und natürlich habe ich noch weitere Optionen hier an der Seite, falls ihr Blackberry OS 10.9 noch nicht kennt. Super, also ihr müsst hier keine teure Office-App kaufen, ihr könnt jederzeit übrigens auch hier unten aus der App raus, ihr müsst gar nicht diese Giersten benutzen. Das gefällt glaube ich vielen Leuten, die von ihren alten Blackberry-Sets auf ein neues Blackberry wechseln wollen, was trotzdem ein super Betriebssystem hat und wie ihr sehen könnt, ist wirklich einiges installiert, was wir von früher kennen, wie zum Beispiel die NFC-Tags, hier nochmal eine Kamera-App, falls wir sie nicht hier unten benutzen wollen. Es ist unter anderem Facebook, Twitter, LinkedIn vorinstalliert, Foursquare, wobei Foursquare glaube ich nicht mehr ganz so wichtig ist, außer man will coole Restaurants in der Gegend finden, YouTube eine Uhr und auf der ersten Seite finden wir die Blackberry eigenen Apps, also Blackberry Messenger, auch super zum Messagen, besser als WhatsApp mittlerweile teilweise, dank der Funktion, dass ihr auch später noch Nachrichten löschen wollt und auf dem anderen Gerät auch gelöscht werden, wo ihr es hingeschickt habt. Ihr könnt Videos bearbeiten oder auch Videos einfach anschauen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein, denn ich habe ein paar Videos gemacht. Entschuldigung, da ist früher, ich drehe mir gleich ein bisschen Wasser, während wir das Video hier anschauen. Also wir haben die hintere Kamera, vordere Kamera und in Lowlight ein Video gemacht. Schauen wir uns mal die hintere Kamera zuerst an. Diese Inhalte findet ihr auch in meinem YouTube-Channel als Kameratest zum Blackberry Classic Videos. Die ganzen sind immer ohne Kommentare und in Full HD anschaubar. Ein bisschen unpraktisch bei sowas ist es natürlich, ihr nehmt den 16 zu 9 auf und egal wie ich das Handy jetzt drehen würde, beziehungsweise es dreht gar nicht mit, aber wir sehen können, wir haben natürlich unten und oben diese schwarzen Balken. Halb so wild, aber auf jeden Fall Qualität super von der Kamera, wie gesagt. Also Blackberry hat hier großen Wert darauf gelegt, die Kunden zufrieden zu machen. Die vordere Kamera hat so einen leichten Blaustich, komischerweise, aber die Sonne hat so ein bisschen geschienen im Hintergrund, beziehungsweise es war so relativ grau, aber auch schnell und im Lowlight. Auch super. Schaut alles sehr gut aus. Also auf jeden Fall, die Kamera lässt sich sehen und muss sich auch nicht hinter einem iPhone 6 verstecken. Apropos iPhone 6, das liegt ja auf dem Tisch links, wie ihr sehen könnt. Da machen wir dann natürlich gleich einen Vergleich und dann seht ihr dazu ein bisschen mehr. In Fotos, ich kann mal hier kurz rausgehen und nochmal rausgehen, beziehungsweise es klappt hier nicht, wie ihr sehen könnt. Dann verschwindet hier zur kurzen Zeile. Aber was noch interessant ist, eine Geste, die ihr vielleicht lernen solltet, beziehungsweise benutzen solltet, wie ihr die Akku-Laufzeit wirklich sehen wollt. 41 Prozent, wenn ihr es kurz hochzieht, egal in welcher App ihr seid, es kommt dann hier entsprechend kurz die Laufzeit und nicht nur der Balken mit wie viel Akku ihr noch übrig habt, der da angezeigt wird. Ein kleiner Tipp von mir also. Pictures. So, wie ihr sehen könnt, da werden auch die Videos angezeigt. Ich habe mal hier probiert. Einfach drinnen, das ist meine Wohnung. Das waren Videos. Die haben wir gerade gesehen. Ein Selfie sozusagen. Schaut euch noch ein bisschen fertig aus. Ähm, ja. Die Sonne hat ja nicht geschienen. Aber ich finde, es schaut alles ganz gut aus. Das Blackberry Classic hat mich auf jeden Fall überzeugt. Wie ihr sehen könnt, ich kann das Ganze auch einfach runterziehen. Und hier eine Funktion, die Blend heißt. Die zeige ich euch dann in meinem Test mit dem Blackberry Passport oder einem separaten Video. Das heißt, ihr könnt alles, alle Sicherheitsfunktionen, die auf dem Blackberry eingestellt sind, auch auf euren Computer, der links von mir steht. Mirrorn heißt, euch sozusagen per Kabel oder per, ich glaube es geht auch per Wireless, verbinden. Und dann alle Apps, alle Sachen, die hier installiert sind, auch sozusagen remote auf dem Computer benutzen. Und müsst nicht mit dem Blackberry die ganze Zeit rumtippen, während ihr eigentlich im Office sitzt. Ähm, und zum Beispiel ganz einfach eure E-Mails checken wollt. Ähm, oder sagen wir mal, in einer Lounge sitzt am Flughafen und dann, äh, nicht euer Blackberry die ganze Zeit aus der Hosentasche holen wollt. Ach übrigens, ihr habt gesehen, es gibt eine Status-LED. Äh, unten zwei Mikrofon, äh, Lautsprecher und natürlich Mikrofon ist ja auch noch unten verbaut irgendwo. Die habe ich noch gar nicht gezeigt. Ähm, und hier ist ein kleines Sternchen. Das bekannte Blackberry-Sternchen. Ähm, das heißt, ich habe mal wieder eine Nachricht bekommen, wie ihr sehen könnt. Das Hub sagt mir überall was Bescheid. Und das Hub kennt ihr ja schon. Hier seht ihr alles vereint von Twitter, Facebook bis alle eure E-Mails sind dann hier links drin. Und apropos E-Mails, schreiben wir mal was. Ähm, schreiben funktioniert hier ein bisschen anders. Wir können einfach mal eine Text-Message schreiben. Ich weiß, ich habe keine SIM-Karte drin. Mal schauen, ob er es auch weiß. Nein, weiß er nicht. Ähm, hier gibt es keinen Touch. Und also, wenn ich jetzt hier tippe, kann ich jetzt hier nicht mit der Touch rübergehen und zum Beispiel die Buchstaben löschen oder so. Aber natürlich löschen geht auch so. Aber es ist mal wieder die herrliche Blackberry-Tastatur, die mir erlaubt, meinen Namen zum Beispiel richtig zu schreiben. Beziehungsweise, wenn wir hier drauf touchen, ähm, ja, wird es auch ausgewässert. Je nachdem, wenn wir, ähm, ja, unsere Sprachen hinzufügen, lernt er natürlich mit dazu. Auch mehrere Sprachen auf einmal kann er. Und wir können das Ganze bewegen hier oben oder so auch bewegen. Oder wir sagen eins nach links, eins nach rechts. Ganz einfach und viel schöner gelöst wie bei Apple, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, sonst, zur Tastatur muss ich glaube ich nicht viel sagen. Ihr kennt sie. Und wir haben auch hier die Taste wieder. Das heißt, wir können die Settings sofort reinholen. Wir können auch wieder zurückgehen. Und wir können auch hier kurz sofort einen Anruf starten. Die Tasten fehlen hier alle beim Passport. Entschuldigung übrigens dafür. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. So, was soll ich hier noch zeigen? Ich kann noch, ähm, hier mal kurz reingehen, dass wir da auch in den Hub kommen. Also wir brauchen tatsächlich nicht immer diese Geste machen, die halt hochziehen und nach links ziehen wäre, um in den Hub zu kommen. Und wir kommen auch jederzeit wieder raus, was mir super gefällt. Ähm, ja, in Apps will ich eigentlich nicht groß reingehen. Ihr habt die Docs2go gesehen. Was natürlich noch interessant ist vielleicht, ihr könnt hier zum Beispiel sowas runterladen wie Candy Crush Saga. Einfach im Amazon Shop habt ihr die Möglichkeit aus über 400.000 Apps eure Favorite Apps rauszusuchen. Beziehungsweise so bekannte Sachen wie Fruit Ninja oder ähnliches, was ihr vorher zum Beispiel nicht hattet. Ähm, und im Blackberry Store eventuell. Oder wobei WhatsApp ist auch glaube ich im Blackberry Store. Aber es gibt hier auf jeden Fall viele Sachen, die ihr so erreicht, die ihr vorher nicht so wirklich erreicht habt. Denn die Entwickler waren ein bisschen faul, das auch noch für Blackberry rauszubringen. Zum Beispiel in Sonos, ähm, glaube ich, können wir hier auch suchen, falls ihr, ähm, Wireless Speaker habt. Was ist jetzt passiert? Genau, und wieder passieren interessante Sachen auf so einem Smartphone. Ähm, aber... Wie ihr merkt, an sich funktioniert es ganz gut. Es gibt keine Hiccups, also es ist nicht langsam, ähm, und... Ihr könnt hier jederzeit wieder rausgehen, auch eine App schließen und dann hier das Ganze wieder öffnen. Wir haben übrigens auch einen File Manager installiert, wo wir dann hier schön anschauen können, was wo wie voll ist. Settings, genau. Und wir können nochmal den App Store starten, der sich jetzt vielleicht anders überlegt hat. Auf jeden Fall, die Funktion ist noch relativ neu. Ah, wir haben keine WLAN-Verbindung, daran kann es liegen. Jetzt ist doch dadurch, dass es hier so in der Handklammer ein bisschen schwächer geworden. Ach, aber ich habe noch den Browser gar nicht gezeigt. Der wäre vielleicht auch noch ganz interessant für euch, wenn das WLAN zurückkommt. Jetzt muss ich kurz suchen, aber da ist er. Aber Browsen macht sozusagen hier auch Spaß. Wir können einfach mal auf die Official Blackberry-Seite gehen, die jetzt nicht funktioniert, weil, wie gesagt, wir haben ja keinen WLAN. Aber wie gesagt, das Display ist schön groß, macht Spaß und so groß ist das Handy übrigens an sich auch nicht. Denn im Vergleich zum iPhone 6, das ist nicht das 6 Plus, das 6er mit 4,7 Zoll Display. Hier haben wir ein Display, der hat 3,5 Zoll mit 720 x 720 Pixeln, seht ihr. In der Höhe ist es kleiner, Breite natürlich breiter wegen der Tastatur. Aber in der Dicke auch dicker, weil der Akku hier 1800 mAh und hier 2500 mAh und deswegen hält einfach der Akku hier ewig. Ich kann nochmal rausgehen am Ende unseres 14 Minuten langen Video bisher, wo ihr dann sehen könnt, wir haben 2% an Akku verloren. So und wir haben jetzt hier wieder WLAN. Habe ich gerade gesehen. Einen Strich, aber eigentlich schon genug gezeigt für heute, glaube ich. Das war das Blackberry Classic. Ich bin echt zufrieden. Würde mir nur noch wünschen, dass ein paar Google Apps auch funktionieren hier drauf, wie zum Beispiel Hangouts und Google Maps. Die gibt es leider nicht im Amazon App Store, aber dafür gibt es eigene Lösungen und auch andere Lösungen. die man als Business-Menschen nicht unbedingt vielleicht braucht. Denn wir können uns ja mit jedem anderen Messenger hier drauf unterhalten. Und vor allem macht es Spaß wegen der Tastatur. Wobei die Tastatur hier, glaube ich, noch lustiger ist mit den Touch-Funktionen. Das ist das, wie man es gewohnt ist. Aber ich habe mich mittlerweile eher ans Passport gewohnt. Wenn ihr euch zugeschaut habt, das war das Blackberry Classic in meinem Komplett-Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Inhalte findet ihr natürlich zu Smartphones und anderen Sachen. Auch ohne hier meine kleine ungesunde Zwischen-Huster auf unserem YouTube-Channel. Also bitte abonniert uns. Mein Name ist Balaschgal. Das war das Classic oder auch Q20 genannt. Aber unten findet ihr den Amazon noch mal. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir gucken's nochmal erstmal nach ... Und dann nehmen wir es noch mal wieder rein und diese Komma aus. Und dann nehmen wir challe nach unten wo잡 es vorbei. Und dann変 damals bei uns bei uns einen kleinen Traumd und vielen Dank Logicen, Und hier pra sich dann nochmal irgendwelchen comedian zu spenden. Und dann eben, wir sehen uns dabei, wir werden sehen. Und dann schauen nach unten dann orientation Karl und direkt bei uns im莫 scary.